Was willst du? Wer bist du? Nico! Verzeih mir, mein Anführer. Einige Kreaturen sind gekommen und suchen einen Zuflucht in unserem Kult, aber sie sind krank. So wie sie... Rekrutiere... Rekrutiere kranke Anhänger. Ich bin ja nett. Like that. Okay. Es ist Nacht. Ein Top-Handy auf dem Boden. Äh, gießen die das jetzt auch? Doch, das gießen sie auch, ne? Erstmal Pflanze. Aber ich hatte die S rekrutieren. Weil ich genug Holz habe. Wolltere Betten zu bauen. Sagen. Äh, ich habe keine göttliche Inspiration. Aber ich habe doch... Hattet ihr, das mache ich morgen. Sonst wecke ich die wieder an und dann beschwert sich Arnie wieder. Muss nicht sein. Ähm, 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 ähm... Oh, hier ist noch... Was ist das? Ach, kacke. Okay. Kacke! Äh, ich werde jetzt definitiv... Da jetzt auch noch... Ich packe ich raste aus. Ähm, 15 Dünger haben wir. Oh, die spare ich mir erst mal. Gibt's gut, dass Niklas die ganze Nacht damit verbringt, für mich anzubeten. Nehme ich. Mein Bett kann ich gar nicht reparieren. Döte, kurz. Ja, ach, das kriege ich erst was, wenn das Ding oben voll ist. Ah, okay. Okay, okay. Nice. Also ist schon zum Teil gefüllt. Wird sich hier beschwert? Ach so, es sind nicht genug Betten. Ja... Wollt doch. Ähm... MMMM? MMMM. MMMM. Ich werde jetzt erst mal eine Predigt halten. Predigen. Kommen sie alle. Nice. Äh... Was ist das hier? Papierwaffen. Papierwaffen haben eine Chance, den Träger... ...ein der Geertöse zu heilen. Tauch noch dein Kreuzflügen auf. Okay, was ist das hier? Auf dein Kreuzflügen tauchen drei neue Flüche auf. Ich bleib erst mal bei den Waffen. Weil die Flüche... Also die Zauber nütze ich jetzt zumindest selten bisher. Bin ganz zufrieden mit denen, die ich jetzt schon bekommen kann. Passt also. Die zwei jetzt, die wir auch noch geben können. Äh... Krone. Neue Doktrin verkünden. Kann ich zwei Stück machen? Äh... Hier habe ich schon jeweils ein... Redige vom Wert irdischer Güter. Nehme ich. Gucken, was das macht. Ist die Geld... Ist die Geld. Ist Geld die Wurzeln allen Übels? Oder hält das wahre Böse es vor mir? Enthält das wahre Böse es vor mir? Schalte die Anhängeraktion Anhänger bestechend frei. Besteche ein Anhänger 3 Gold, um seine Loyalität zu erhöhen. Schalte die Anhängeraktion den Zehnten abnötigen frei. Sammle einmal täglich Gold von einem Anhänger ein. Ja. Ja, bezahlt werden hier, Freunde. Jetzt können wir noch ein Neu-Doktrin... Ach, das hat eine Abklingzeit. Ah, okay. Doktrin ist einfach nur genau das hier. Nur die Info, dass ich es habe. Ja. Gut. Gut, dann könnte alle gehen. Sogar die Arbeit. Das hätte ich nicht gegossen. Wo bist du? Ach, Loyalitätsbelonung. Ah, okay. Nice. Danke. Okay. Gut, dann werden wir noch mal auf den neuen Kreuz zu gehen, würde ich sagen. Was freut sich denn da? Und alle freut sich, sehr. Logisch. So, die haben alle keine Arbeit. Großartig, ne? Die können alle mitbeten. Gibt es nichts, was irgendwie abgefahren werden kann, außer die beiden da hinten. Aber die sind eh am Arbeiten. Felder sind soweit... Achso, die kann... Ja, die kann ich ja nicht. Hier nochmal Kürbis. Und wenn die hier nicht bepflanzt? Ach, was lässt. Ah. Okay. Mach ich die hier einfach nochmal voll. Nicht los. Da kommt doch, glaube ich, schon der kleine Arni. Was hat er vor? Ah, er arbeitet. Perfekt. Arni, so ist das vorbildlich. Warum ist das Feld kaputt gegangen? Scheiße. Okay, ich brauche Holz. Ich brauche Holz. Na, wir nochmal hier. Ja, ich kann leckere Krücher in der Nähe riechen. Ich bleib' wo ich bin. Es gibt genug für dich und auch genug für mich. Dass deine Anhänger nicht dich dagegen streuen. Man kann nie wissen, wer eine Ernährung hat. Packst du nur einen von meinen Leuten an, der tötet dich. Äh, ich werde ihn befreien. Ich habe Bock, dass der hier von der Spinne gefressen wird. Da freut er sich. Jetzt kommt zurück. Nein, da bist du nicht. Gut, wir haben drei neue Anhänger, die ich trainieren kann. Machen wir aber noch, wenn ich genug Betten habe. Beziehungsweise, wenn ich genug Holz habe, um neue Betten herzustellen. No, Vampir-Schwert haben wir hier. Nice. Können wir das direkt mal ausprobieren, wie schnell ist es? Moderaus nehme ich. Äh, ja, okay. Und der Ico-Auswurf, die schwarze Pumpe. Ganz nice. Guti. Aua. Nice. Okay, nach rechts. Ach, die drei. Ach, die drei. Und der wird zu nichts. Shamura, ruh dich aus. Wir erledigen das. Werden wir doch. Kalama. Ja, Schwester. Ach, das ist eine Frau. Ja, Schwester. Natürlich, Schwester. Äh, du, da gefällst der roten Kronen. Knie vor mir nieder und du wirst uns bereuen. Weigern. Du bist wie, oder ich zwinge dich dazu. Jetzt glaubst du nur du, Kollege. Hätte ich mal niedergekniet. Äh, du kannst gerne noch mehr, das noch mehr machen. Äh, ich kann dir gleich erklären, so wie ich, also, was das macht. Also dafür, für ihr, wie heißt es, Contribute to Kalt's Totem. Wenn du da für Kanalpunkte ausgibst, kann ich dir gleich erklären, was das macht. Wobei ich das bestanden habe. Äh, allgemeiner Waffenschade erhöht sich um 1,2. Okay, nice. Bin ich. Bist du? Toad? Bitte tu uns nichts, wir sind einfache Anhänger, die sich am unbekannten Ort verlaufen haben. Der große Sofro hat uns geschickt, um mehr von seinem geliebten Gehirnwäsche-Pilzen zu finden. Er interessiert sich für doofe Pilze, er wird immer wahnsinniger. Aber als wir hier ankamen, wurde uns bewusst, dass wir nichts wissen, wie er Pilze findet. Und jetzt haben wir zu viel Angst, um mit leeren Händen zurückzukennen. Wenn du ihm Pilze bringen würdest, würde er dich sicher belohnen. Du findest ihn bei der Sporengrotte. Diese ganzen Orte müssen wir übrigens auch noch besuchen. Haben wir noch nicht gemacht. Frogo. Easy. Ich fahre nämlich auf jeden Fall alle mit. So, mein Plan für gleich ist, genug Betten bauen, die kaputten Betten zu reparieren, damit ich hier neun Leute indoktrinieren kann. Dann, ne neue Farm bauen, dass ich quasi so ein relativ großes Feld hab, was dann die Anhänger bestellt, die Fässer haben und alles. Und dann mehr von diesen Holzdingern bauen und hoffentlich auch bald ein Klo. Voll, nice. Ja, es ist egal, wo wir lang gehen, ne? Da kann ich Münzen für Nahrung ausgeben. Gehen wir da mal rüber. Wärhingabe, nice. Ja, wir sollten gleich, wenn ich wieder zu Hause bin und wollte da die Fingabe sein, damit ich... bei Schaltung... bei Schalten kann, oder so. Oh, Bumbe! Wofür haben wir jetzt damage bekommen? Hat mehr Tempo. Ich glaub, ich glaub, ich glaub, der war für die wir jetzt haben. Rehrein und Nahkampfangriff. Der war geil. Der Zauber. Okay, äh, gehen wir erstmal nach unten. Perfekt. Äh, Gegner hinterlassen. Dreimal mehr Eifer. Die Chance, das bessere Trun zu spawnen. Ich nehme die bessere Trunen. Da hab ich ja grad entdeckt, auch Holz drin sein. Gras! Und nach links. Aber! Okay, das läuft bisher relativ gut. Münzen, ganz viel Gras. Das Gras brauchen wir halt, um diese, äh, diese Ackerböden, die wir dann, wo wir dann in Samen einsetzen können, zu bauen. Gras und Gold brauchen wir dafür. Das ist quasi Gras und Münzen. Aber Münzen heißt es korrekt. Das war jetzt nicht so geil, aber passt noch. Nice. Okay. Next. Ja, es reicht auf jeden Fall locker, wenn ich vielleicht so gut zumal. Ich glaube sogar, wenn ich jetzt noch eine, äh, eine göttliche irgendwas, also das nächste Rezept quasi für ein Gebäude freischalte, dann kann ich auch die nächste Ebene erreicht. Kugelfisch, weil, weiß. Ähm, da auf dieser nächsten Ebene gibt es, glaub ich, auch das Blättenhäuser. Was vermutlich auch kaputt gehen kann. Ah, gucken wir mal. Klappi. Ich hab ganz exotische Sachen. Ist ja geil. Aus zweimal, dann haben wir ein paar Gegner easy gekillt. Ach, da oben steht noch eine. Erstmal das Gras. So, nämlich. Und zweimal Fleisch. Sehr schön. Viel Fleisch haben wir. Da freuen sich die People, wenn ich denen mal richtig schönes Fleischgericht zauber. Nach unten können wir noch. Ich geh immer nach unten. Perfekt. Uh, Kling des Kreuzfeuers. Hier hat der Tag mehr dabei. Das ist reinig so geil, ne? Das Ding ist halt genau, ja, ja, da ist halt und so noch nicht, ne? Wir sind Feuerball. Ich bin jetzt auch auf Entfernung. Gut dabei. Feuerball, Junge! Boah, Alter, gehen die viele Knochen. Ich hab 300 Knochen. Ganz dick. Oh, so viel Fleisch, also viel Dahrung. Thutfisch. Reis. Dankeschön. Fehlt nicht mal viel. Das hat die voll. Nein. Dinger sind nervig. Das ist hier spezifisch für das Game. Kann ich dir gleich zeigen. Natürlich saustark, ne? Das ist aber natürlich auch saulang. Ich nehme das. Komm, ich bin mit der Axt. Das ist mega langsam, aber kann vergiften und macht so viel der Match. Keine Pilzkerze. Pilzstelle für ein paar Kerzen. Nice. Jetzt braucht das zwei Pilze. Hab ich nicht. Kriegen wir aber bestimmt noch. So, Boss-Ebene. Hab ich die gesehen? Auch nicht mitbekommen, tatsächlich. Weil es in England andere Vereine gibt, die ich eher jede Lage oder schlechte Spiele gönnen würde, aber Manu ist mittlerweile auch dabei. Wie der Mensch ist so gut. Ich kriege die Pilze ja eigentlich. Dann krieg ich da auch Pilze. Kann man mal machen. Kommt jetzt noch natürlich drauf an, gegen wen. Ah, hier kriege ich Pilze. Schätze ich. Nicht, okay. Schade. Federhalskette. Durchdreckt das Bewegungstempo deiner Anhänger erhöht sich. Geil. Grandford. Ja, also das ist ja wohl, boah, wenn die nicht bald die Champions League gewinnen. Okay, das ist peinlich. Das ist peinlich. Okay, gehen wir mal nach links. Du bist ja du? Ach, du bist ja boss. Illegos. Oh, du siehst es interessant. Vor allem, weil es ja normalerweise so war, dass, wenn er mal nicht gespielt hat, hat United in der Regel verloren. Spielte er mal von Anfang an. Ich glaube, ich kriege halt hart auf die Fresse. Wurde ich auch supergeil. Davon war ganz abgesehen. Aua. Diese fliegenden Äpfel. Aua. Ein Hit noch. Riep. Ein. Ich weiß nicht, was das ist. Nehme ich. Moin. Ah. So, was haben wir hier? Holz. Nicht dem Holz. Definitiv Holz. Oh, neue Doktrinen. Also, zwei kann ich sogar machen. Ich habe nie auf die Krüder warten. Ähm. Ich gehe aber mal nicht nach hinten. Das ist Herbert der Frog. Ich würde ihn gerne Herbert nennen. Gleich. Aber ich möchte ihn gerne nachher drüber nennen. Ich weiß aber noch nicht nach wem. Nice. Ich habe mir noch ein bisschen Holz mitgebracht. Das freut mich sehr. So. Ähm. Ganz kurz zum Erklären, was das, äh, was das macht. Was er da die ganze Zeit. Ich würde gern. So, genau. Unten seht ihr tote Beiträge. Ähm. Wenn das voll ist und die Leiste oben voll ist. Also, da ist ja diese kleine Twitch-Leiste. Äh. So wie ich es verstanden habe, könnt ihr dann auswählen. Äh. Ob ihr. Also, ihr könnt was auswählen. Also, ihr könnt was auswählen. Die Dinger sind entweder nachteilig für mich oder bieten mir Vorteile. So habe ich das verstanden. Kann mich aber auch irren. Wie fehlt denn hier? Oder kann ich? Ich muss erst die Raffinerie bauen, dann kann ich den. Ah. Okay. Dann mache ich das mal. Ah, okay. Perfekt. Äh. Wo Toilettenhäuschen? Reinigungsposten, Heilquartier, Toilettenhäuschen. Perfekt. Gut. Gut, gut. So. Ich werde jetzt zuerst mal. Erst einmal. Warum gibt es ein kleiner Adi? Oh, kleiner Adi pennt. Auf dem Boden. Ähm. Reparieren. 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 Da freuen sich alle. Außer die, die nicht schlafen. So wie die Klasse. Äh. So, jetzt. Voll. Nice. Ja, du bist pink. Ja, ich weiß nicht, warum ich dich pink gemacht habe. Ne, warte mal, du bist nicht pink. Du bist, äh, rot. Ist ja ein Fuchs. Warum seht ihr die Spinnen? Pist euch. Kleid hier fangen. Ich kann eine Spinnen fangen. Lol. Was geht, Häppchen? Komm her, Spinnen. Warum seht ihr so viele Spinnen? Hier geht, hier geht. Da ist noch eine. Guck her. Wo seid ihr Sputes? Das hier ist Niklas. Der ist pink. Ähm. Oh, da gibt es wieder ein Holz. Nice. Äh. Oh, die haben Hunger. Dann mache ich denen jetzt erstmal mal zu essen. Wenn die Peeples dann morgen neu anbauen hier. Neu bestellen. Oh, die sind ganz schön unzufrieden. Okay, ich muss jetzt instant was für die kochen. Das Wasser gibt sogar mal gute Sachen. Ach, falsches. Falsches Ding. Da gibt es sogar gute Sachen heute. Weil die so unzufrieden sind. Ähm. Krankhaft hat Durchfall. Ködliche Mahlzeit. Ja, nee. Fleischmahlzeit. Dann haben wir zwei Fleischmahlzeiten. Oh, nein. Kann ich das wegmachen? Kann ich. Mach ich mal eine durchschnittliche Mischmahlzeit. Realität? Die nehme ich. Diese Fleischmahlzeit. Nee. Das Resten zubereitet ist trotzdem gut, ne? Neh, mich. Gemüsemahlzeit. Komm, machen wir so viele. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die ablaufen können, die Sachen. Ähm. Wenn die hier erstmal rumliegen, ist ja nicht schlimm. Dann können sie sich ja später was holen. Weil ich die halt gut koche. Passen. Beahnt. Dann gönnt euch mal Jungs und Mädels. Gibt's für Mädel eher. Beeren. Guck mal, da liegt noch Essen. Da können sie sich gönnen, wenn sie Hunger haben. Vielleicht mal ganz kurz gucken, wie viel Gold ich... Ach, wie viel Holz ich habe. Wenn ich jetzt nämlich überlege, ich baue mehr Betten. Mal sieben Anhänger habe ich. Drei warten noch. Dann habe ich insgesamt zehn. Jetzt kurz gucken, wie viele Betten ich da oben stehen habe. Pilzbären. Ich habe... Ich raste aus. Wieso ist das Zelt nach einer Benutzung schon wieder kaputt? Was machen die da nachts? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Stück. Perfekt, dann passt das genau. Nice. Herde der vielen. Du bist ja instant krank, ne? Deswegen nenne ich dich passenderweise Pesti. Äh, Form wählen. Warum ist da ein Ausbruch? Ach, weil ich eine neue Form habe. Ist das eine... Oh, Eule? Ich weiß das nicht. Pesti ist auf jeden Fall so einer. In passender Weise grün. Kein Phobica ignoriert die Predigen von den Alpverhechlern. Das finde ich gut. Ich glaube, er folgt da langsamer. Das ist nicht schlimm. Der ist jetzt instant krank. Das hat... Das wissen wir ja. Äh, Bettruhe. Bis zum nächsten Mal.